Sie hören der etwas andere Kurzgeschichten-Adventskalender mit 24 Türchen zum Träumen, Lachen, Gruseln, Mitfiebern und Genießen. Geschrieben von Lisa Darling und Sandra Bollenbacher Gelesen von Juliane Hempel, Lisa Müller, Nadine Most, Florian Hoffmann, Niki Hope, Alex Bolte, Omid Paul F. Tekari, Martin Cooper, Pia Rona Sachse, Lisa Boos, Kevin Kasper, Leslie Marie Liebel, Anja Umland und Max Hoffmann Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin 1. Das Geschenk Gelesen von Juliane Hempel Ella quetscht sich mit den Einkäufen am prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer vorbei in die Küche und geht zum wiederholten Mal ihre To-Do-Liste durch. Das Haus auf Vordermann bringen, Ente und Kartoffelbrei kochen, den Tisch decken und dekorieren. Dieses Weihnachtsfest zum Besten aller Zeiten machen. Genauso wie letztes Jahr und all die Jahre zuvor. Sie wischt sich den Schweiß von der Stirn und seufzt. Warum heißt dieser Tag überhaupt Heiligabend? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.